Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Vor fast einem Jahr habe ich mit diesem Literaturkanal begonnen und ich habe in diesen zehn Monaten 41 Videos vorbereitet, produziert und veröffentlicht. Wir haben zusammen einen Roman gelesen und es ist Zeit, eine Pause zu machen. Ich möchte zwei Monate in eine Sommerpause gehen. Ich möchte mir Zeit lassen, einen Rückschau zu halten, zurückzublicken, wie ich etwas gemacht habe, es vielleicht in Zukunft besser zu machen, ein etwas neues Konzept zu entwickeln und mir einfach ein paar stressfreie Wochen bereiten, in denen ich neue Texte mir suche und schon an die ersten Interpretationen gehe. Ich kann sagen, dass es mir Spaß gemacht hat. Ich war mir am Anfang nicht ganz klar, ob ich es durchhalten würde. Ich habe es durchgehalten. Ich will es auch in Zukunft weitermachen, weiterbetreiben. Es hat mir Spaß gemacht, ein neues Medium kennenzulernen, das mir vollkommen unvertraut war. Und es hat mir Spaß gemacht, mir Texte auszusuchen und sie so zu interpretieren, dass ich sie relativ kurz, was mir nicht immer gelungen ist, aber ich habe es zumindest versucht, dass ich sie relativ kurz auf das Wesentliche hininterpretieren und ihnen vorstellen kann. Und das hat mir Spaß gemacht. Einige von Ihnen werden sich fragen, warum ich das Ganze mache. Und das ist der Grund. Es macht mir einfach Freude, über Literatur zu reden und ich hoffe, dass ich diese Freude auch an Sie vermitteln kann. Es sind große Glücksgefühle, die mir das Lesen von Literatur mein Leben lang bereitet hat. Und das kommt unter anderem daher, dass ich schon als Kind sehr, sehr kurzsichtig war und ein dickes Kind war. Ich habe keine Freude an körperlicher Bewegung gehabt. Erst in der Pubertät bin ich dann schlank geworden, Gott sei Dank. Bis dahin war ich sehr dick und ich musste, seit ich in die erste Schulklasse kam, eine Brille tragen, und zwar eine sehr dicke Brille, eine sehr dicke Glasbrille, die meine Augen ganz klein machten. Und ich sah nicht besonders, es war eine Brillenschlange, wie man es damals genannt hat. Und dieser Nachteil hatte aber einen ganz, ganz großen Vorteil. Ich konnte nämlich mir ein Buch nehmen und habe dann die Brille abgesetzt und konnte dann das Buch ganz nah an meine Augen führen. Ich musste es ganz nah an meine Augen führen, um die Buchstaben lesen zu können. Und das hat bedeutet, dass mich dieses Buch abgeschirmt hat von der Welt. Ich konnte ganz in das Buch hinein versinken, habe alles vergessen, mich, die Welt, und konnte mich auseinandersetzen mit dem, was da irgendjemand geschrieben hat. Mit der Botschaft, die da irgendjemand für mich geschrieben hat. Und es waren immer geheime Botschaften, die ich entschlüsseln wollte. Das ist das Schöne, wenn man einen Text interpretiert. Man genießt ihn nicht nur einfach, man liest ihn nicht nur einfach durch, sondern bei guten Texten setzt man sich damit auseinander. Man erobert ihn sich für sich ganz subjektiv. Man erfindet seine eigene Botschaft, eine geheime Botschaft, die aber doch eben im Text begründet liegt. Und diese Freude, diese Neugier auf diese geheimen Botschaften, die hat mich mein ganzes Leben lang für Literatur begeistert gemacht. Und diese Freude möchte ich auch vermitteln. Und so ist meine Hoffnung, dass Sie, wenn Sie den einen oder anderen Clip sich anschauen, vielleicht auch nun neugierig werden, ihn selbst zu lesen, ihn für sich selbst zu entdecken, ihn selbst zu interpretieren, ihre eigene geheime Botschaft zu entschlüsseln und dadurch eine Welt zu entdecken, die Ihnen bis dahin unvertraut war. Und deswegen möchte ich im Herbst weitermachen. Und wenn Sie Lust haben, dann schauen Sie wieder rein. Am 5. Oktober geht es, wie gesagt, weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer.